In 200 Metern Links abbiegen Aufrittstraße Links abbiegen Aufrittstraße Links abbiegen Aufrittstraße Links abbiegen Aufrittstraße Jetzt noch rechts auf die Auffahrt Richtung Zürich fahren. In zwei Kilometern an der Ausfahrt 59 rechts abfahren auf E-41 A-4 Richtung Westen. An der Ausfahrt E-41 rechts abfahren. An der Ausfahrt E-41 A-4 Richtung Westen. An der Ausfahrt 59 rechts abfahren. An der Ausfahrt E-41 rechts abfahren. An der Ausfahrt E-41 rechts abfahren. An der Ausfahrt E-42 rechts abfahren. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Jetzt noch links auf die Auffahrt A4 fahren. Die Auffahrt A4 fahren auf die Auffahrt A4 fahren. Die Auffahrt A4 fahren auf die Auffahrt A4 fahren. Die Auffahrt A4 fahren auf die Auffahrt A4 fahren. Die Auffahrt A4 fahren auf die Auffahrt A4 fahren. Die Auffahrt A4 fahren auf die Auffahrt A4 fahren. Die Auffahrt A4 fahren auf die Auffahrt A4 fahren. Die Auffahrt A4 fahren auf die Auffahrt A5 fahren. Die Auffahrt A4 fahren auf die Auffahrt A4 fahren. Untertitelung des ZDF, 2020 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 In zwei Kilometern an der Ausfahrt 31 rechts abfahren, dann leicht nach links abbiegen Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Jetzt leicht nach links abbiegen, jetzt leicht nach links abbiegen, jetzt Ziel erreicht. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.